Herzlich Willkommen zur Phönix-Netz-Nacht von der Republika 2018 in Berlin. Und bei mir ist Konstanze Kurz, sie ist die Sprecherin des Chaos Computer Clubs und Autorin unter anderem von Netzpolitik.org. Ich bin Köchin und Autorin, bin aber auch Journalistin, Bloggerin und Aktivistin. Ja, ich halte einen Vortrag, also zwei Vorträge, einen Vortrag über Polizeidatenbanken und warum es Sinn macht, einmal bei der Polizei nachzufragen, ob man dort einen Eintrag hat.